Hallo Freunde des Stroms, schön, dass ihr dabei seid. Heute möchte ich mit euch einmal eine Unterverteilung besprechen. Habe ich jetzt einmal zusammengebaut, weil unser Mr. Biber hier, der bekommt nämlich eine sogenannte Holzwerkstatt, also kleiner Witz am Handel. Schaut her, es ist ja so, ich habe sehr viele Fragen bekommen und möchte die jetzt auch schon langsam einmal aufarbeiten. Es ging um folgendes, kann ich eine Unterverteilung schaltbar machen, wenn ich hier eine kleine Werkstatt habe oder Hobbybastelwerkstatt, Garage oder sonstige Sachen, kann ich hier in der Unterverteilung diese schaltbar machen, dass ich einfach, wenn ich sie nicht brauche, zum Beispiel gewisse Stromkreise, dass ich die ganz einfach abschalten kann. Jetzt würde ich sagen, schauen wir uns erst einmal die Funktion an. Also ich habe hier meine Unterverteilung für meine Werkstatt und möchte einfach, dass ich diese bei Nichtnutzung ohne Gefahr abschalten kann. Das habe ich jetzt hier über diese Drucktaste realisiert. Der rote ist zum Beispiel für aus und der grüne ist für ein. Ich habe hier noch eine Kontrolltrampe drin. Das heißt, wenn die Lampe leuchtet, ist die komplette Unterverteilung eingeschalten und somit kann ich hier auch simulierterweise, also hier zum Beispiel, habe ich jetzt hier den Kraftstromanschluss simuliert, die drei Phasen und habe hier zwei Fehlastromschutzschalter drin und die werden jetzt komplett weggeschalten. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel aus der Garage rausgehe oder aus der Werkstatt und sage, ich bin fertig, dann schalte ich einfach hier die Anlage aus. So ist jetzt zum Beispiel das grobe Begrundprinzip an der ganzen Geschichte und jetzt schauen wir uns an, wie das Ganze funktioniert. Dann schauen wir uns jetzt die Unterverteilung mal schnell im Detail an. Also wir fangen mal an von der Hauptleitung. Wie ich ja schon gesagt habe, ich lege jetzt mittlerweile alles in 6 Quadrat. Aus Kostengründen, normalerweise müsste man hier jetzt mindestens 10 Quadrat beziehungsweise 16 Quadrat verarbeiten, je nachdem wie weit halt eure Unterverteilung von der Hauptverteilung beziehungsweise vom Zellerschrank weg ist. So, wir gehen jetzt mit unserer Hauptleitung hier einmal erst einmal in den sogenannten Überspannungsschutz rein. Das ist jetzt ein neuer von der Firma, den probiere ich jetzt gerade aus. Der kommt dann bei mir auch in meinem FDs Village, kommt der zum Einsatz. Und der hat jetzt den Vorteil, dass hier oben doppelte Klemmen sind. Ich zeige es euch schnell einmal. Schaut es her. Und hier kann man halt reingehen in diesen Überspannungsschutz und dann auch gleich wieder rausgehen und spart sich somit einen Platz in der sogenannten Hauptabzeugklemme. Die ist hier. Deshalb habe ich jetzt die Lösung mal gemacht. Wie schon gesagt, es gibt immer natürlich verschiedene Lösungen. Also ich gehe jetzt hier rein in den Überspannungsschutz, gehe vom Überspannungsschutz raus, gehe hier auf den Zwischenzähler. Können wir uns hier schnell anschauen. Gehe hier quasi mit den einzelnen Phasen rein. Hier oben haben wir den Neutralleiter und kann hier über diesen Zwischenzähler, kann ich mir zum Beispiel ermitteln, wie viel Energie, das ich halt einfach verbraucht habe in meiner Werkstatt und kann es halt dann aufschreiben und kann es zum Beispiel auch für, wenn ich es gewerblich nutze, kann ich hier natürlich auch eine Aufsplittung machen der Stromkosten. Vom Zähler gehen wir jetzt auf diese Hauptabzeugklemme. Hat folgenden Grund, weil ich natürlich auch einen gewissen Stromkreis nicht abschalten darf. Es sind diese beiden hier, weil wir wollen ja nicht, dass bei jedem abschalten, dass uns dann das Licht ausgeht. Da habe ich dann auch noch was eingebaut in die Unterverteilung. Das schauen wir uns aber dann später noch an. Also, ich verteile jetzt hier von dieser Hauptabzeugklemme, gehe hier rauf, gehe auf diesen Schütz, der sich hier oben befindet und dieser Schütz schaltet mir den komplett unteren Bereich ganz ab. Das heißt, die beiden unteren Fehlerstromschutzschalter mit den Automaten dazu. Ich habe jetzt jeweils nur sechs Teileinheiten verwendet, weil es mir ja hier bei dem Musterbau locker reicht. Das heißt, der erste Fehlerstromschutzschalter wäre jetzt gedacht zum Beispiel für Kraftstrom 32 Ampere und drei Wechselstromkreise für zum Beispiel Schuko-Steckdosen. Und der untere Fehlerstromschutzschalter ist nochmal gedacht zusätzlich nochmal für zwei Drehstromkreise, zum Beispiel Absauganlage oder hier unten habe ich ja das Ganze dann simuliert mit meiner CEE-Steckdose, dass wir uns das dann natürlich auch anschauen können. So, so ist jetzt nochmal der grobe Aufbau. Wir haben, wie ich schon gesagt habe, natürlich hier zwei Bereiche, die wir nicht abschalten. Das ist jetzt abgedeckt über einen RCBO. Einmal die sogenannte Steuerung und einmal habe ich mir hier gedacht, machen wir halt dann noch Beleuchtung oder ein sogenanntes Notlicht, je nachdem wie ihr das halt dann haben wollt. Die Funktion ist jetzt ganz einfach. Ich schalte jetzt die Anlage mal ein. So, und schon zieht dieses Schütz an. Und wenn das Schütz angezogen hat, bekommen die beiden unteren Fehlerstromschutzschalter, bekommen die drei Phasen durchgeschaltet. Und somit funktionieren die auch. Jetzt können wir auch mit der Testtaste arbeiten. Schaut es her. Jetzt wenn ich den wieder einschalte und schalte jetzt zum Beispiel die Anlage aus, funktioniert halt die Testtaste auch nicht, weil ich ja hier keine Spannung anliegen habe. Das ist jetzt mal eine Lösung. Natürlich muss man hier auch, wenn man sowas zusammenstellt, muss man schon aufpassen. Kontaktbelastung hier zum Beispiel, ich habe jetzt hier, also von dem Schütz, ich habe jetzt hier ein ESB 40-40 drin, das habe ich da gehabt. Ich würde hier halt gern normalerweise einen 63 Ampere-Schütz verwenden, dass man halt hier mit der Kontaktbelastung, dass man einfach drüber geht, dann hat man eine Sicherheit drin, weil ich sage einmal so, es gibt nichts Schlimmeres, wenn du hier arbeitest und auf einmal geht dir eine Phase ab und bei Relais oder Schütze ist es halt immer so, die haben halt auch eine gewisse Zeit, sage ich einmal so 10, 12, 13 Jahre, dann sollte man schon einmal dran denken, dass man vielleicht so einen Schütz einfach mal austauscht, weil es kommt ja auch darauf zusammen, wie oft wird es geschalten, wie oft wird die Werkstatt genutzt, welche Maschinen habe ich dran hängen und das ist halt auch immer das, als Elektriker kannst du hier einfach nicht pauschale Aussage treffen, sondern es muss halt individuell für jede Anlage halt dann Entscheidungen getroffen werden und ich bin halt einer, ich gehe halt immer recht gern eine Nummer, ich lege mir immer recht gerne eine Sicherheit mit rein, dann habe ich eigentlich auch keine Probleme, genau. Den Überspannungsschutz könnte man natürlich auch anders einbauen, dass man sagt, okay, man geht jetzt zum Beispiel her mit der Zuleitung, geht auf eine Hauptabzweckklemme, von dort geht man dann auf den Überspannungsschutz, kürzester Weg, so ist sie an der DIN-VDE geregelt. Der Maximalabstand vom Eintrittspunkt in die Unterverteilung bis zum Überspannungsschutz dürfen, glaube ich, 50 cm sein und da hat jetzt den zum Beispiel mit dem nachgeholfen und hat gesagt, okay, wir schauen, dass wir den so nah wie möglich an die Zuleitung dran kriegen mit diesen Klemmen, dass man einfach reingeht und wieder rausgeht und man hat natürlich auch den Vorteil, wenn ich hier in der Hauptabzweckklemme, wenn es eh schon platzmäßig wieder ein bisschen Platz, wisst ihr ja, ist immer so ein Thema, also wenn ich hier eh schon hübsch full bin, dann kann ich mir hier durchs Rein, durchs Durchschleifen, durch den Überspannungsschutz kann ich mir hier einen Klemmenplatz sparen. So, Zwischenzähler, habe ich schon gesagt, ist jetzt noch so eine kleine Kirsche auf dem Eisbecher und jetzt haben wir das ganze Geschalte mal durch, ich mache das ganze über die Selbsthaltung, das heißt, ich schalte ganz einfach über den Eintaster, schalte ich das Schütz ein, das Schütz verriegelt sich selber, also hält sich selber über die Selbsthaltung und wenn ich hier ausschalte, öffne ich im Endeffekt den Stromkreis, dass das Schütz abfällt, hat jetzt den Vorteil an der Geschichte, das möchte ich euch jetzt schon zeigen, jetzt haben wir zum Beispiel mal einen Stromausfall, kann ja passieren, irgendwo fliegt eine Sicherung, so, und das Schlimmste, was ja dann immer ist, wenn es automatisch sofort wieder zuschaltet, das soll man ja verhindern bei einer Werkstatt, so, der Strom ist wieder da, aber die Anlage bleibt ausgeschaltet, gut, das hat man ja in den meisten Maschinen auch schon mit drin, das ist im Endeffekt dieser Unterspannungsauslöser, es soll halt verhindert werden, dass Maschinen vor Haus aus beim Netz wieder eintritt, also beim wieder einsichern oder wieder einschalten, dass die halt dann sofort automatisch loslaufen, weil das wäre natürlich doof und, beziehungsweise da gäbe es natürlich Gefahrenpotenzial, deshalb habe ich das so gelöst und habe hier oben zum Beispiel auch gleich einen Notaus-Taster mit integriert, das heißt, ich kann die Anlage auch ganz normal über den Notaus abschalten und muss sozusagen, also wenn ich jetzt wieder ein Triegle, muss sozusagen wieder über eine gesonderte Bedienung die Anlage wieder einschalten. Das Thema haben wir aber schon mal vor der Zeit gehabt, kann ich aber auch gern nochmal aufgreifen, also wen es interessiert, schreibt es uns bitte, dann mache ich euch diese Verschaltungen, kann ich da gern auch ein paar Lösungen liefern. So, das war jetzt nur mal ganz einfach, ganz vereinfacht einmal dargestellt, wie das geht, es geht eigentlich recht einfach, ich kann natürlich auch hergehen, wenn man halt irgendwo sagt, okay, man hat in der Garage zum Beispiel mal seine Ladegeräte oder sonstige Sachen und möchte halt einfach nicht, dass die permanent, dass die am Netz hängen, weil man halt Angst hat, dass vielleicht einmal der Akku durchbrennt oder sonstige Sachen, kann man das über so einen Schütz oder so ein Relais natürlich auch ganz einfach lösen und sagen, okay, pass auf, du lädst mir jetzt den Akku die nächsten 5 Stunden voll und schalte es halt dann ganz einfach automatisch ab. Zu dem Thema Akku habe ich in diese Unterverteilung auch noch was Tolles integriert. Der Punkt ist, durch den wir reden jetzt, wir haben ja gesagt, der Mr. Biber, also mein treuer Gefährte, der mir ja hinten bei FTS Village auch immer recht fleißig hilft, Mr. Biber möchte natürlich seine Ladegeräte, seine Akku-Geräte immer noch laden lassen und jetzt habe ich es so gelöst, ich bin quasi hergegangen und habe mir eine separate Steckdose gebaut, hier für mein Ladegerät, jetzt nur mal als Beispiel, kann man natürlich auch mehrere Steckdosen machen und sagen, okay, pass auf, die markiere ich mir, die beschrifte ich mir, nur für meine Ladegeräte, das hier zum Beispiel und solange ich die Anlage einschalte, schaltet sich jetzt das Ladegerät dazu und das Ladegerät fängt jetzt hier an, meine Akkus zu laden und ich sage, wenn ich mit meiner Arbeit fertig bin, nehme ich meine ganzen Akkus aus den handgeführten, aus den Akkumaschinen raus und stecke die hier in mein 1, 2, 3 Ladegeräte rein und sage, okay, ich möchte halt einfach noch die nächsten 2 Stunden, dass meine Ladegeräte weiterlaufen, also schalten wir jetzt die Anlage mal aus, das Ladegerät läuft jetzt weiter und lädt mir den Akku voll, so, und nach einer fest eingestellten Zeit schalten sich die Ladegeräte automatisch aus, das ist so eine Art, so eine Art Ausschaltverzögerung, das habe ich jetzt hier mit diesem L-Taco-Relais, L-Taco MFZ 12NP 230 gelöst, kann man mit jedem ganz normalen Relais machen und hier wird im Endeffekt die Steckdose geschalten, normalerweise würde ich jetzt hier noch gerne einen Schütz einbauen, weil ich immer gerne der Verfechter bin vom Entkoppeln, aber das Relais hält jetzt locker 16 Ampere Schaltkontakt da hinten aus, das ist jetzt kein Thema nicht, aber ich sage, ich habe jetzt leider keins da, sonst hätte ich hier noch einen Installationsschütz eingebaut und würde halt dann meine Steckdosen schalten, dass das halt hier sauber entkoppelt ist, dass halt hier eigentlich nichts passieren kann. So, und das ist jetzt nochmal eine tolle Funktion, könnte man theoretisch mit dem Licht auch machen, dass man sagt, okay, pass auf, ich schalte die Anlage aus, ich möchte die Beleuchtung auch weg haben, nur vielleicht ein kleines Notlicht, wo man sagt, wo eine Röhre halt dann einfach mit Bewegungsmelder oder Sensorlampe geht und wenn ich rein oder raus gehe und möchte halt einfach, wenn ich sage, ich gehe jetzt raus, ich schalte jetzt aus, gehe von der Tür raus und dann haben wir noch 10 Minuten Strom auf den Beleuchtungskreis, dann kann man das hier auch ganz einfach realisieren und dann schaltet sich der Beleuchtungskreis einfach aus, wird abgeschalten und die Sache ist erledigt und sobald, dass ich meine Anlage wieder einschalte, läuft die ganze Geschichte ja von neuem an, das heißt, mein Ladegerät läuft, hat Strom, ganz normal, ich kann ganz normal arbeiten, baue meinen Schrank oder baue meine Kommode oder sonst irgendwas und wenn ich dann fertig bin und sage, so, ich gehe jetzt nochmal raus oder ich mache jetzt Mittag, dann gehe ich einfach raus, schalte die Anlage aus und Ladegerät läuft die Zeit weiter und wenn ich wieder komme, schalte ich einfach wieder ein und das Ladegerät ist jetzt die ganze Zeit durchgelaufen, weil er ja wieder nachtaktet, sobald er hier einen Kontakt bekommt. So, meine Freunde des Stroms und ich glaube, jetzt haben wir mit ganz einfachen Mitteln, haben wir unsere Werkstatt etwas aufgepimpt und sozusagen haben wir die Sicherheit auch etwas erhöht, dass man halt einfach sagen kann, okay, wenn ich nicht drin bin, wenn ich hier nicht arbeite, kann ich mir meine ganzen Kreissägen, Abrichthobel, sonstige Maschinen, kann ich mir abschalten, habe dann kein Gefahrenpotenzial, kann nichts passieren, vor allem auch, wenn ja hier Kinder, wisst ihr ja selber, Opa, wenn es eine Bastelwerkstatt hat und hat Kinder oder Enkel unterwegs, dann kann man hier sagen, okay, ich kann mir das Ganze natürlich auch mit einem Schlüsselschalter nochmal sichern, dass ich sage, nur derjenige, der den Schlüssel hat, kann hier die Werkstatt freigeben und kann dann hier in Ruhe arbeiten und das sind natürlich so viele Möglichkeiten und so interessant, aber doch mit sehr, sehr einfachen Mitteln zu realisieren. Das mit den Notausfunktionen zum Beispiel, man kann dann auch hergehen und kann sich hier eine sogenannte Schleife machen und kann sagen, okay, ich tue mir bei jeder Maschine, Standbaumaschine oder sowas, tue ich mir dann einfach einen Pilzdrucktaster hin und wenn ich dort drauf haue, wird die ganze Anlage einfach komplett sofort stromlos geschalten. Die ganze Sache hat sich erledigt und ja, bis auf unser Ladegerät und habe aber hier im Endeffekt keine Gefahr mehr an der Anlage, dass dann hier quasi nichts passieren kann. Genau. Wie schon gesagt, zu dem Aufbau von dem Überspannungsschutz und so, das habe ich jetzt mal ausprobiert, funktioniert aber eigentlich ganz gut und ist eigentlich auch recht einfach zum Verklemmen und vom Schütz zu den RCDs natürlich, je größer die Anlage wird, kann es natürlich sein, dass ich vielleicht mit zwei Schützen oder drei Schützen arbeiten muss. Das kommt natürlich auch wieder individuell drauf an, wie groß ich das Ganze jetzt planen möchte. Es gibt noch eine Möglichkeit, kann ich euch gerne mal zeigen. Schreibt es uns bitte unten in die Kommentare rein, wie man das dann auch lösen kann. Ist aber jetzt nicht so günstig, wie zum Beispiel das mit den Installationsschützen. In diesem Sinne, meine lieben Freunde des Strumms, machen wir jetzt Feierabend, weil das Wetter ist so herrlich draußen und genießen wir noch ein bisschen den Sonnenschein. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder dabei seid und zuschaut. Und in diesem Sinne, macht es gut. Euer Markus für Freunde des Strumms. Servus. Pfiat euch.